Musik Jo moin Leute, ich bin's wieder, euer Tombo von der DDC und heute möchte ich bekannt geben, dass wir die Wildcard für die Messe Karlsruhe verlosen Die Messe Karlsruhe geht vom 22. bis zum 25. März Und zu dieser Messe suchen wir zwei Wildcard-Gewinner Das heißt, letztes Jahr 2011 in Stuttgart waren ja auch schon welche dabei Wie das Ganze ausgesehen hat und wie es den Jungs gefallen hat, das könnt ihr hier sehen Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Strecke war auch sehr geil Vielen Dank euch, es war cool, die Strecke war besser als auf dem Asphalt Geile Leute, ihr habt einen Abschnitt Was wir von euch brauchen ist, was ihr könnt, wo ihr herkommt und wer ihr seid Alle Teilnahmebedingungen, die ihr zu beachten habt, sind bei uns im Forum und auf der Homepage Deswegen wünschen wir euch viel Spaß Toi, 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 lasst es krachen und immer dran denken, schön gewehrbleiben Heide Peace, euer Tombo von der DDC Joer Tombo von der DDC Vielen Dank.